Wir hatten ein Radio und ich habe dieses Spiel von Anfang bis zum Ende angehört. Nur mit einer Vision kannst du das schaffen, was er überhaupt im Leben geschafft hat. Er wollte irgendwas erreichen, er wollte diesen Verein nach vorne bringen, sonst hätte er diese Geschichte nicht geschrieben. Ich habe nie mit meinem Onkel gebrotzt, auch nicht nach dem Spiel 32. Man hatte Respekt. Soweit ich mich erinnere, war der Landauer eben ein Mythos. Uri Siegel ist 92 Jahre alt und der letzte lebende Nachkomme des legendären Bayern-Präsidenten Kurt Landauer. Mit seinen Eltern flieht er 1935 nach Palästina und kehrt später als Anwalt nach München zurück. Immer mit dabei, sein liebstes Erbstück. Der Schirm begleitet mich seit dem Tod meines Onkels, der im Dezember 1961 gestorben war. Und Januar 1962 habe ich diesen Schirm bereits bekommen. Das ist also mein liebstes Vermächtnis meines Onkels. Das ist ein richtiger, kerniger Bauernschirm, der genau seinem Wesen und etwas auch seinem Aussehen entsprochen hat. Eine absolute Persönlichkeit von der ganzen Statur her, das habe ich so in Erinnerung, und von seiner sehr netten, freundlichen Art. Greinau am Fuß der Zugspitze. Hier verbringt Uri Siegel vor mehr als 80 Jahren einen der schönsten Tage seiner Kindheit. Am Radio verfolgt er 1932 das Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft. Wie machst du? Komm, bitte! Wir hatten ein sehr schönes Landhaus in Greinau. Dort hat sich die Familie versammelt. Das war also wirklich meine beste Zeit und meine schönste Zeit. Es hat sich nie mehr wieder sowas Tolles wiederholt. Mai 1932. Zehntausende bejubeln die erste deutsche Meisterschaft des FC Bayern. Im Triumphzug fährt die Mannschaft auf Kutschen durch die Stadt. Es ist auch ein Triumph des 48-jährigen Kurt Landauer, der den Klub an die Spitze des deutschen Fußballs geführt hat. Uri Siegel bestaunt als Kind den Korso vom Wohnhaus der Landauers aus. Mit dem Rest der Familie haben wir das vom dritten Stockwerk auf der Kaufinger Straße mit angesehen. Und das muss ich sagen, das war schon ein erhebender Anblick. Die Landauers waren prominent, aber ich würde sagen, der Vorstechendste war wohl der Kurt. Mit seinem Fußball. Der Onkel war auch unterm Volk in der Stadt bekannt. Die Familie Landauer waren schon ein Bestandteil der Münchner Gesellschaft, sehr in der Mitte der Gesellschaft, nicht ein Außenseiter oder ein eventueller Neureicher. Nein, das war Bestand. Nur noch wenige Fotos, Dokumente und Erbstücke sind von Kurt Landauer geblieben. Das alles passt in seine Offizierskiste, die Uri Siegel nach dem Tod seines Onkels erbt. Kurt Landauer wurde im Jahr 1917 zum Leutnant ernannt. Und mit dieser Ernennung kam als Teil seiner Ausrüstung eine Kiste, in der er nach Belieben seine Kleidungsstücke oder was er sonst hatte, untergebracht hatte. Was mit den Manschetten, woher die stammen, weiß ich nicht, aber die hat er mir in seinem Testament offiziell vermacht. Ich war eigentlich der einzige männliche Nachkommen der Landauers, der noch greifbar war. Und ich habe die gerne entgegengenommen. In München wird der Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Sommer 1914 euphorisch gefeiert. Tausende melden sich freiwillig an die Front, darunter viele Juden. Kurt Landauer hat bereits seinen einjährigen Freiwilligendienst abgeleistet und zieht als Unteroffizier in den Krieg. Er zeigt Ehrgeiz und bewirbt sich um die Ernennung zum Offizier. Einstimmig erheben ihn alle 14 Offiziere seines Bataillons zum Leutnant. Die Juden sind freiwilliger in den Krieg gezogen wie ihre nichtjüdischen Genossen. Und es wurde ja mal ein Zensus gemacht. Man wollte nachweisen, dass die Juden Drückeberger sind. Und die oberste Heeresleitung hat einen Zensus gemacht. Und es hat sich herausgestellt, dass der Anteil der Juden, die im Heer gedient haben, erheblich höher war, verglichen mit ihrer Zahl, wie die von den, sagen wir mal, normalen Bürgern. Nach dem Krieg wird Kurt Landauer wieder Präsident seiner geliebten Bayern. Karriere macht er als Anzeigenchef der Münchner neuesten Nachrichten. In Schwabing pulsiert das Leben und die jüdische Kultur. Das jüdische Leben nach dem Ersten Weltkrieg bis 1930 war meines Erachtens die schönste und inhaltsreichste Zeit des jüdischen Lebens überhaupt in Bayern beziehungsweise in München. In den Kaffeehäusern feiert die Bohem. Hier treffen sich auch die Spieler. Fußball ist Ausdruck eines modernen Lebensgefühls. Er ist der Gegenentwurf zum deutschen Turnermuff des 19. Jahrhunderts. Fußball ist international. Ein Sport des 20. Jahrhunderts. Wenn wir uns mal anschauen, wo der FC Bayern herkommt, wo er beheimatet ist, das ist Schwabing und die Max-Vorstadt in München. Das sind die Straßen um Universität, um Kunstakademie. Das sind Leute, die außerhalb ihres Studiums und außerhalb des Fußballspiels in Kaffeehäusern, in Weinlokalen sich herumtreiben. Also wir haben in München eine ganz ähnliche Situation, wie wir sie schon von Wien und Budapest erkennen. Nämlich eine Melanchke zwischen Hochkultur und Populärkultur, wo Literaten, Künstler, Fußballer zusammentreffen und zum Teil auch miteinander einfach identisch sind. Der Visionär Landauer formt die Bayern zu einem international ausgerichteten, professionellen Verein. Als einer der Ersten verpflichtet er Star-Trainer aus dem Ausland, sucht Sponsoren, revolutioniert die medizinische Betreuung. Er will sich mit den Besten messen und organisiert Spiele gegen Mannschaften aus den Ländern ehemaliger Kriegsgegner und gegen führende europäische Mannschaften aus Prag, Wien oder Budapest. Von ihnen soll der FC Bayern lernen, wie erfolgreicher Spitzenfußball gespielt wird. Dass die Leute auf sich genommen haben, um überhaupt mehr oder weniger professionell Fußball zu spielen, das ist ja unglaublich. Und vielleicht müsste man mal, wenn wir viel Zeit haben, unseren Spielern mal so ein Endspiel zeigen, was diese Kalle mit welchen Schuhen, auf welchem Platz, mit welchen Bällen die gespielt haben. Und wenn man oft bei uns diskutiert, jetzt muss der Rasen noch drei Millimeter tiefer sein, oder wenn wir uns jetzt noch ein Kunststoffgeflecht einflechten, um noch besser trainieren zu können, dass man auch mit anderen Möglichkeiten deutscher Meister werden kann, wenn man das unbedingt will. Und die wollten offensichtlich. Der größte Triumph der Bayern ist auch ein Erfolg seiner jüdischen Führungsriege. Präsident Kurt Landauer, der tschechische Meistertrainer Dombi Kohn und der Jugendleiter Ernst Otto Bär orientieren sich am sogenannten Donau-Fußball, der Europa dominiert und ebenfalls stark jüdisch geprägt ist. Damals gab es den Begriff Judenklub, aber der war eigentlich nicht böse gemeint. Und mal aus meinem Leben, ich war in einer Volksschulklasse, wo verhältnismäßig viele jüdische Kinder waren. Und unser Lehrer hieß Bauer, die Parallelklasse, wo es keine Juden gab, hieß Bauer ohne E. Um den Unterschied bemerkbar zu machen, hat man unseren Bauer den Judenbauer genannt. Aber da hat sich niemand dran gestoßen, die Juden schon gar nicht. Als Hitler 1933 die Macht ergreift, folgt auf die Stunde des Sieges der jäher Absturz. Landauer verliert seine Arbeit bei der Zeitung und hält sich nun als Angestellter eines Wäschegeschäfts über Wasser. Gezwungenermaßen tritt er als Bayern-Präsident zurück, obwohl sich der Verein lange gegen die Vereinnahmung durch die Nazis wehrt. Für die Familie Landauer ist das alles kaum fassbar. Der jüdische Glaube war nie Mittelpunkt ihres Lebens. Natürlich, wenn man die Religion nicht ausgeübt hat, ist nicht mehr viel geblieben. Dann haben wir nur die anderen zum Juden gemacht. Wir haben uns selber gar nicht vorstellen können, was das eigentlich ist, Jude zu sein. Ausgerechnet ein anderer Verwandter, Kurt Landauers, der Münchner Rechtsanwalt Michael Siegel, wird zu einem der ersten Opfer des nationalsozialistischen Terrors. Sein Bild geht als Symbol der Judenverfolgung um die Welt. Wir haben uns eigentlich alle als jüdische Bayern oder jüdische Münchner gefühlt. Schnell steigert sich der Terror der Nazis. Immer mehr Mitbürger verschwinden in den Konzentrationslagern. Doch für viele alteingesessene jüdische Familien ist es undenkbar, dass sich der Wahnsinn weiter steigern könnte. Sie geben sich selbst 1936 noch der Illusion hin, dass der Nazi-Spuk nicht von Dauer ist. Zur Zeit der Vorbereitung zu den Olympischen Spielen, wenn gewisse Ruhe in Deutschland eingetreten war, kam meine Mutter zu Besuch von Palästina und versuchte, ihre Geschwister zu überreden, auszuwandern. Aber diese wohl unter dem Eindruck der Olympischen Spiele und der Ruhe, die damals herrschte, verhältnismäßigen Ruhe, fanden sich nicht bereit, irgendwo hinauszuwandern. Die Verbundenheit zum Begriff Heimat und zur Heimat war enorm groß. Sodass also diejenigen, die gehofft haben, dass sie vielleicht nicht betroffen sind, sich zu lange aufgehalten hier haben, bis sie keinen Weg mehr gefunden haben, ins Ausland zu gehen. Im November 1938, als in ganz Deutschland die Synagogen brennen, Juden ermordet werden und ihre Geschäfte geplündert, weiß auch Kurt Landauer, dass sein Leben in München in Gefahr ist. Doch es scheint zu spät zu sein. Unmittelbar nach der Reichspogromnacht wird Kurt Landauer, wie viele andere, verhaftet und ins KZ Dachau verschleppt. Schutzhaft nennen die Nazis das und prügeln und foltern ihre Opfer. Uri Siegel kehrt zurück an den Ort, an dem sein Onkel die schlimmste Zeit seines Lebens verbrachte. Selbst hier zeigt Kurt Landauer die Kraft und Stärke, die ihn Zeit seines Lebens ausmacht. Mein Onkel war ein starker und er war ein tapferer Mann. Man musste auf dem Appellplatz in aller Herrgott früh einen rechten Flügelmann stellen, an dem sich alle anderen angereiht haben. Der Onkel hat sich einige Male freiwillig dazu gestellt und der Nachteil an dieser Sache war, dass die Wachmannschaften kamen von rechts und der erste, der Prügel bekommen hat, war eben der rechte Flügelmann. 30 Tage dauert die Zeit Landauers in Dachau. 30 Tage Angst, 30 Tage Erniedrigung, die er in der Baracke mit der Nummer 8 ertragen muss. Dann wird er entlassen. Die Tatsache, dass er als Frontkämpfer in den Ersten Weltkrieg gezogen war, rettet ihm jetzt das Leben. Über seine Qualen in Dachau schweigt er. Mein Onkel hat die Zeit in Dachau nie mit einem Wort erwähnt. Das war einfach kein Thema in unserer Familie. Kurt Landauer bekommt 1938 noch eine Chance. Er entgeht der Hölle des Lagers. Seine Familie, seine Brüder Franz und Paul und seine Schwester Tilli werden in den folgenden Jahren von den Nationalsozialisten deportiert und ermordet. Kurt Landauer weiß nach seiner Entlassung, dass er in seiner Heimat nicht überleben wird. Anfang 1939 dürfen Deutsche jüdischen Glaubens noch auswandern. Noch gelten ihre Pässe auch für das Ausland. Und noch gibt es Länder, die jüdische Flüchtlinge aufnehmen. Kurt Landauer hat am Beginn des Jahrhunderts seine Banklehre im schweizerischen Lausanne absolviert. Er spricht Französisch. Und er hat hier Freunde. Angehörige der Eigentümerfamilie einer Münchner Privatbank bürgen für den Emigranten Landauer, der Geld in den USA deponiert hat, an das er nun nicht mehr herankommt. Jährlich überweisen sie ihm Geld aus New York, das er in der Schweiz zum Überleben braucht. Acht Jahre lang wird Genf seine Zuflucht. Alle drei Monate muss er seine Aufenthaltsgenehmigung verlängern. Arbeiten darf er nicht. Kurt Landauer, der Emigrant, lächelt. Aber glücklich wird er nicht. Man muss eins bedenken, die wenigsten deutschen Emigranten haben sich in ihren Gastländern wirklich wieder so eingerichtet, wie es früher in Deutschland war. Zürich. Im November 1943. Während in der Sowjetunion Millionen Soldaten um ihr Überleben kämpfen, soll der FC Bayern in der neutralen Schweiz ein Propagandamatch gegen eine Schweizer Länderauswahl austragen. Die Mannschaft logiert im noblen Hotel St. Gotthard. Unter den Augen der Gestapo, die ahnt, dass Kurt Landauer auf diese Chance wartet. Bevor die Mannschaft abreiste, wurde sie instruiert, was sie tun darf und was sie lassen muss. Und dazu gehörte, dass keine Kontaktaufnahme mit deutschen Emigranten in der Schweiz. Und damit war es selbstredend Kurt Landauer gemeint. Und Kurt Landauer, seit Jahren allein im Exil, abgeschnitten von seiner Familie und seinem geliebten Verein, sucht diesen Kontakt. Landauer hat dann das Hotel aufgesucht, das Mannschaftsquartier aufgesucht, hat dort im Westibül auf die Mannschaft gewartet und hat eine Nachricht über einen Pagen versucht, eine Nachricht an den Kapitän der Mannschaft, an Conny Heitkamp, zu übergeben. Und das ist offensichtlich von der Gestapo unterbrochen worden. Also diese Nachricht ist von der Gestapo abgefangen worden, sodass dieser Kontakt nicht zustande kam. Kurt Landauer versucht, seinem alten Kameraden einen Zettel zukommen zu lassen, mit einer Verabredung zu einem konspirativen Treffen an einem geheimen Ort. Ein persönliches Gespräch nach all den Jahren. Doch er scheitert. Das Züricher Harturmstadion. Heute nur noch eine Ruine. Damals war es für die jungen Bayern-Spieler Mittelpunkt ihrer Träume. Ein paar Stunden Zugfahrt nur, aber in eine andere Welt. Wir waren natürlich hellbegeistert, weil wir eben aus Deutschland einmal nach Zürich fahren konnten, um dort vielleicht normale Verhältnisse zu erleben. Wir waren ja mitten im Krieg. Fußball mitten im Krieg. Ein absurdes Theater vor der Kuliss des Völkermords. Landauer sucht die Begegnung mit den Spielern des Vereins, der sein Leben war. Das Zusammentreffen, für das es keine Zeitzeugen mehr gibt, wird zur Legende. Hauptsächlich haben die ihn auf der Tribüne begrüßt. Ob sie das vom Spielfeld aus gemacht haben oder ob sie auf die Tribüne raufgegangen sind, das ist mir nicht klar. Das weiß ich eigentlich nur von der Tante. Musik Es ist eine Legende, die immer weiter erzählt wird. Man kann sich das vorstellen, weil dieser Präsident wirklich sehr vermisst wurde. Und diese Fußballer haben sich im Naziregime nicht wohlgefühlt. Es gab auch Vereinsintern auf nicht Auseinandersetzungen zwischen den Fußballern und Nicht-Fußballern. Also diejenigen, die dem Regime eher kritisch gegenüberstanden oder diese ganzen Politisierungen nichts anzufangen wussten, waren eher die Fußballer. Ich glaube, dass die Fußballer einfach sehr, sehr lange an diesem Präsident gehangen haben und nicht vergessen haben. Die Presse beschreibt in den nächsten Tagen die Stimmung eines echten Länderspiels. Dazu gehört traditionell auch das Festbankett nach dem Spiel. Für die Spieler ist der Abend im Restaurant des St. Gotthard ein unvergessliches Erlebnis. Ein edles Menü, ausgesuchte Weine. Die Gelegenheit, mit den Schweizer Kameraden zu sprechen. Eine Henkers-Mahlzeit in der gediegenen Atmosphäre eines Grand Hotels. Ich wusste natürlich nicht genau, wo es hinging, aber ich wusste, dass es an die Front ging. Und das war kein schöner Ausblick. Sie haben mir Autogramme auf die Speisekarte gegeben. Und auf ein gutes Wiedersehen, haben mir ein gutes Wiedersehen gewünscht. 1945, München liegt in Trümmern. Noch ist Kurt Landauer in der Schweiz. Er könnte in die USA auswandern. Die Papiere besitzt er. Doch Kurt Landauer zögert. Dann, 1947, fällt er die Entscheidung seines Lebens. Er kehrt zurück in seine Heimat, ins Land der Mörder seiner Familie. Da hat man sich gesagt, na ja gut, der Blitz schlägt dich das zweite Mal ein. Jetzt ist die Sache bereinigt. Und es sind Leute zurückgekommen. Aber es ist ein sehr kleiner Teil zurückgekommen. Und wenn man nicht gerade Präsident vom FC Bayern war, dann ist man nicht unbedingt wohlwollend empfangen worden. Doch wer empfängt Kurt Landauer? Seine Familie existiert nicht mehr. Kein Zuhause, keine Arbeit. Er hat nur seinen Mut und seine Kraft. Und die Hoffnung auf eine höchst ungewisse Zukunft. Aber dann war natürlich seine Liebe zum Sport, seine Liebe zum FC Bayern und seine Heimatliebe. Die haben darüber gesiegt. Und er hat Recht gehabt und er hat auch sehr viel geleistet. Unmittelbar nach dem Krieg wird schon wieder Fußball gespielt in Deutschland. Auf Äckern vor zerbombten Häusern. Und schon wieder vor tausenden Zuschauern. Die Menschen sind dankbar für ein bisschen Normalität. Und die jungen Spieler nehmen ungeheure Strapazen auf sich. Sie wollen spielen. Wie der Stürmer Otto Schweitzer. Damals, wenn wir zurückgekommen sind, das war meistens Mitternacht und zum Teil später, da gab es weder öffentliche Verkehrsmittel, noch gab es Taxis, noch irgendetwas. Da ist man am Stiglmeierplatz, das war unten am Löwenbreikeller, das war unser Vereinslokal, ist man ausgeladen worden und dann musste man auf eigene Faust nach Hause gehen. Zum Beispiel nach Waldtrudering, zweieinhalb bis drei Stunden in der Nacht alleine. Da konnte man mit den Stollen nach einem Spiel nicht mehr gehen, sondern da musste man Socken drüber ziehen und ist eben in Socken oder normalen Schuhen nach Hause gegangen. Landauer, der Vertriebene, kehrt zurück zu dem, was von seinem alten Leben geblieben ist, zu seinem FC Bayern. Er wird zum vierten Mal Präsident, gezeichnet von den einsamen Jahren im Exil, aber immer noch ein Macher. Das Erlebnis war für mich einmalig, so einem großen Mann des Münchner Fußballs direkt gegenüber zu sitzen. Ich musste da mal mit dem Fahrrad hinfahren und bin da in die Geschäftsstelle gegangen. Da saß die Frau Mayer im Vorzimmer und die hat gesagt, was wollen denn Sie? Dann habe ich gesagt, ich hätte einen Brief für den Herrn Landauer. Und Landauer kam, ein großer, ich habe gar nicht gewusst, was er ist, aber ein großer, barocker Mensch, also gewaltig im Auftreten. Ich war mal mit ihm in der Geschäftsstelle vom FC Bayern, da haben die Sekretärinnen irgendwas falsch gemacht, da hat er zu denen gesagt, habt ihr denn nichts gelernt aus Heil Hitler sagen? Auch Landauers Offizierskiste übersteht den Zweiten Weltkrieg und kehrt mit ihm zurück nach München. Landauer, der Überlebende, kämpft jetzt um seine Zukunft, um Entschädigung und um die Zukunft seiner Bayern, die froh sein können, wieder den Juden Landauer an ihrer Spitze zu sehen. Mit der Reputation des Verfolgten und seinem Geld rettet er den Verein aus seiner Not. Man muss sehen, dass die Alliierten die Sportvereine sehr skeptisch betrachteten, nämlich als Werkzeug des Militarismus, des Nazismus und wohl auch nicht so ganz zu Unrecht. Und von da aus war es für die Vereine wichtig, nach 45 unbescholtenen Bürger an ihrer Spitze zu stellen. Was Landauer vielleicht auch von anderen unterscheidet, ist, er ist nicht einfach nur ein Grüßonkel, ein Strohmann, der die Lizenz organisieren soll, sondern er packt an, er ist tatsächlich aktiv. Doch nach vier Jahren endet Kurt Landauers letzte Amtszeit als Präsident des FC Bayern. 1951 wird er nicht wiedergewählt, obwohl er das Amt ein Jahr später an einen Nachfolger übergeben wollte. Gerüchte, auch antisemitische Strömungen hätten zu seinem Sturz beigetragen, bleiben Gerüchte. Landauer ist sicherlich kein einfacher Mensch gewesen. Er ist ein Dickkopf gewesen, vielleicht mal ein Kippur-Roland gewesen. Er ist jemand gewesen, der, wenn er eine Idee im Kopf hat, auch zugesehen hat, dass sie durchgesetzt wurde. Und möglicherweise ist er mit seiner Art und Weise doch etwas zu stark in den Verein eingeeckt. Der Onkel war also absolut sauer. Man hatte dann, glaube ich, dann war irgendeine Art von Versöhnung. Da hat er einen Ehrenring bekommen. Aber das Verhältnis war nie mehr dasselbe. Kurt Landauer ist tief gekränkt. Doch zu seinem 70. Geburtstag sucht der Verein die Versöhnung. In blumigen Worten ehren ihn die Club-Nachrichten. Landauer steckt sich die Ehrennadel wieder ans Revers. Er kann nicht lassen von der Liebe seines Lebens. Bis zu seinem Tod lebt er in Schwabing. Aus dem Verein zieht er sich fast vollständig zurück. Er heiratet die zweite Liebe seines Lebens, Maria Baumann. Die Erinnerung an ihn verblasst schnell. Als Landauer im Dezember 1961 stirbt, nimmt die Öffentlichkeit davon kaum Notiz. Es ist eine Zeit, in der die Menschen nicht zurückschauen. Ich denke, dass viele Leute in den Jahren nach dem Krieg einfach viel zu sehr beschäftigt waren mit dem Wiederaufbau, sich neu zu orientieren, ihren Leben neu zu ordnen, in einem bestimmten Maße gesettelt zu sein, bis man dann das geschafft hatte. Und dann hat man mal sich gefragt, wo kommen wir eigentlich alle her? Und dann ist dieses Gefühl der Vergangenheit zurückgekommen. Und ich halte es für eine ganz wichtige Sache, dass es zurückgekommen ist. Heute ist der FC Bayern einer der erfolgreichsten Vereine der Welt. Und der Club beruft sich wieder auf das Erbe seines vielleicht größten Präsidenten. Er hat in einem Maße Zivilcourage bewiesen. Er hat ja sicherlich viele schlaflose Nächte gehabt, um das umzusetzen, was er hier dann am Ende geschafft hat. Und in dieser Beziehung ist er ein unglaubliches Vorbild für alle jungen Leute heutzutage, die ohne große Visionen aufwachsen. Er war ein guter Onkel. Man konnte ein gutes Verhältnis zu ihm haben. Es ist natürlich ein großes Genugtun für mich, dass er jetzt wieder in der Erinnerung zurückkehrt und dass man eigentlich auch seine Verdienste um den FC Bayern besonders schätzt. Er war ein guter Onkel. 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 Er war ein guter Onkel.